hey leute coole news also werden auch dieses jahr wieder auf der fibo 2017 mit dabei sein ebenfalls wieder anzutreffen am biotech usa stand und wenn ihr vorbeikommt und ein foto mit uns macht bekommt sie auch noch ein extra gute package von uns und wenn ihr das foto sogar postet und uns verlinkt dann nimmt sie automatisch an verlosung von zehn unserer buchsetz teil im wert von 1470 euro das heißt kommt vorbei holt sich ein goodie package und vielleicht gewinnt sie auch noch see you there